So, weiter geht's. Wir müssen erst uns heilen, ansonsten sind wir gleich direkt tot. Toll. Ach! Toll. Und sind wir direkt tot. Kubschrauber sieht uns, schießt uns ab. Komm schon, Bruce! Du kannst nicht sterben! Ich hab dich nicht getötet! Wie bekomm ich den Typ da? Der Boxer hätte mir fast den Arm abgerissen. Ja, bis Harley ihm schöne Augen gemacht hat. Da steckt wohl doch etwas Joker drin. Zum Glück ist es der Teil der Lübe! Ich verstecke irgendwie, er heißt. Könnte ich mir ja so einen Plan machen, irgendwie. Überprüf die Waffenkiste! Klar! Ah! Dann durch den Arm abgerissen, wo oben entlang ist. Teil der Marseite! Junge. Heller hat mich noch nicht Geld gemacht! Wie viel Spannung ist dein Richter? Ich bin ich nicht. Du denkst du kannst uns ausschalten? Aber du musst keine Chance! Tja, das hat nicht lange gedauert. Der nächste von euch Idioten, der versagt, wird Big Al's neuer Samtsack. Hör mal auf! Alter! Meinst du? Hältet ihn, ihr Idioten! Ihr wollt gar nicht wissen, was er mit dieser Joker-Lady gemacht hat! Das ist der schlimmste Fall von Stockholm-Syndrom, den ich je gesehen hab! Keine Sau, ihr Schätzchen! Ich bin Psychiaterin! Was? Was zum Teufel war das? Das war voll der verpackte Angriff. Vier Stück aber alle beieinander. Na? Das glaub ich an nicht! Er reißt uns in Stücke! Wie zum Teufel sollen wir ihn erwischen? Das versuch ich noch auszufinden! Tja, dann war ich! Wir können nichts für ihn tun, aber wir finden die Fledermaus, die das war! Wie ihr es schafft, Jungs! Tschüss! Ich hab den Joker nie getötet, du Arsch! Batman hat noch nie getötet! Zwei Stück, aber die laufen jetzt gerade beieinander! Deine! Sukk weiter! Wir können ihm nicht helfen! Ina zermiszt! Passt besser aus! Nee! Mist, das war verkackt. Im Moment wirst du gar nicht angegriffen werden. Ich hab hier drei Joker, ihr Idioten. Drei! Erinnert ihr euch noch daran, was Eingewinnen? Sogar mit euch gemacht hat, wenn ihr versagt habt? Nein? Dann kriegt ihr gleich eine dreifache Lektion! Was zum Teufel? Ich bring dich um, Fledermarkt! Was? Kann uns das Batmobile vielleicht helfen? Glaubst du ich hab Angst? Du hast Angst vor mir! Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Hört gut zu, ihr Idioten! Mr. J hat mir eine ganze Liste mit Strafen für euch zurückgelassen, falls ihr versagt. Ich hab sie noch nicht gelesen, weil ich sonst an ihn denken muss. Aber das werde ich! Diese riesen Puppe da! Was? 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 Ich hab jetzt schon alle Kombis ausbildlich gesehen? Ich hab keine hier. Obwohl... das hier scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ausweichen, dann schlagen. Okay, ausweichen und schlagen. Die Fläger sind erledigt. Jetzt muss ich mir Harley vornehmen. Jetzt gehen wir noch zur Harley. Also, das wird jetzt eine ganz kurze Folge. Wir bestatten jetzt noch Harley. Ich habe einen Besuch gehabt und dann war es das. Du, 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 du. Du und ich und ein Trakt voller psychotischer Mörder. Hast dich noch nie so zu Hause gefühlt, was? Ach, komm schon. Du denkst, du bist anders, weil du noch nie jemanden umgebracht hast? Heilmeldung! Du bist nicht getötetet und heute Nacht. Werde ich dich noch mal tun lassen. Hm, ne. Alter, wie tief fahren wir denn? Oh, shit. Hier kommt er, der große, böse Batman. Kannst du das wiederholen? Wo hast du dich, Batman? Warum schlagen die sich da alle? Will ich? Wieso holst du ihn nicht? Alles klar, das war's für diesen Bad. Wir sehen uns heute Abend wieder, wenn ich weiterspiele. Bis dann. Ciao.